Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Rolf Orell und in diesem Video möchte ich dir meine Top 5 Zukunftsaktien vorstellen. Und das sind alles Aktien, die für die nächsten Jahre besonders interessant sind und wirklich spezielle Themen bearbeiten, die eben zukunftsträchtig sind. Und an der Börse schaut man ja immer in die Zukunft, das heißt in diesem Fall habe ich wirklich spannende Branchen rausgesucht, wo ich persönlich davon ausgehe, dass in den nächsten Jahren deutlich Potenzial vorhanden ist. Das Ganze natürlich wie immer keine Anlageberatung, sondern nur meine persönliche Meinung und schreib auch deswegen du gerne mal jetzt in die Kommentare, was deine persönlichen Zukunftsaktien sind. Ja, und was meine ich mit Zukunft? Ich hatte schon gesagt, ja in den nächsten Jahren, speziell meine ich da in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wenn nicht sogar länger, aber das zumindest mal für dich als Orientierung, was ich persönlich unter Zukunft verstehe. Ja, meine Top 5 Zukunftsaktien. Fangen wir mal an mit der allerersten Aktie und das ist eine ganz, ganz spannende Aktie, nämlich Carbios oder Carbios oder Carbios, je nachdem, wie du das aussprechen möchtest, das ist ganz egal. Ist ein super spannendes Unternehmen im Bereich von Plastikabbau und das ist natürlich ein Thema, was sehr, sehr speziell ist und sehr, sehr wichtig ist. Wir haben ja enorm viel Plastik auf unserem Planeten, die Aktie kostet aktuell 33,86 Euro, Marktkapitalisierung von 386 Millionen Euro, also nicht ganz so groß. Ein französisches Unternehmen und ja, wirklich sehr, sehr spannend, weil es eben um Plastik geht und den Abbau durch Enzyme, das heißt, man möchte hier mit Hilfe von Enzymen eben Plastik abbauen in den Weltmeeren, aber eben auch auf Recyclinghöfen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein ganz, ganz spannendes Thema, was vor allem hier 2020 extrem abgehoben ist, weil natürlich das ganze Thema ja mit grüner Energie, mit Umweltschutz und so weiter besonders 2020 interessant wurde, wo ja die EU gesagt hat, Green Deal, wir wollen klimaneutral werden. Die China hat es gesagt, die USA haben es gesagt. Das heißt, hier ganz, ganz viele erneuerbare Energieaktien und eben auch solche Umweltaktien wie Carbios eben abgehoben und ja, man muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass solche Aktien ohne KGV, also ohne Gewinn und ohne Dividende, ohne alles natürlich auch hoch bewertet sind und in dem Fall dann natürlich auch in diesem Jahr. Das heißt, 2022 ein sehr, sehr schwieriges Jahr hatten, weil natürlich hier extrem viel vom Markt an spekulativen Aktien verkauft worden ist und auch Carbios gehört natürlich dazu. Kleine Marktkapitalisierung, damit hohe Volatilität und auch hier, wie gesagt, noch kein Gewinn vorhanden. Man sieht zwar hier charttechnisch, dass wir aktuell auf einem guten Niveau sind. Ich persönlich würde hier auch in Tranchen einkaufen, Betonung liegt aber auf in Tranchen. Das heißt, wenn man hier einsteigt, sehe ich durchaus Zukunftspotenzial für die nächsten 5 bis 10 Jahre, aber eben ja durchaus spekulativ. Das heißt, hier würde ich in mehreren Tranchen, also in mehreren Teilen in die Aktie reingehen. Ja, die zweite Aktie, die ich dir vorstellen möchte, ist die Datadoc-Aktie. Ist ein amerikanisches Unternehmen, was sehr, sehr spannend ist im Digitalbereich. Kostet 71,69 Euro. Hatte ich auch schon mal vorgestellt auf meinem Kanal. Hat eine Marktkapitalisierung von rund 22 Milliarden US-Dollar. Also ist noch kein Riesenunternehmen, aber ist wirklich deutlich mit Potenzial eben ausgestattet. Auch hier leider kein Gewinn, keine Dividende, aber dafür ein spannendes Projekt eben als Geschäftsmodell und eben auch gleichzeitig sehr, sehr zukunftsträchtig. Denn Datadoc ist im Prinzip eine Software für Unternehmen, wo man eben Clouds, aber auch zum Beispiel Datenbanken, Tools und Apps und so weiter überwachen kann. Und in dem Fall eben ein Unternehmen aus dem Bereich Cybersecurity. Wir sind aktuell auch charttechnisch sehr, sehr interessant unterwegs auf dem Niveau ungefähr von nach dem IPO. Das heißt, wir haben ja auch hier eine starke Unterstützung, die in der Vergangenheit schon öfters mal gehalten hat. Und ja, das Thema Digitalisierung ist natürlich ein Thema, was sehr, sehr zukunftsträchtig ist und mit Sicherheit in den nächsten fünf bis zehn Jahren immer noch an Wichtigkeit und Bedeutung eben zulegen wird. Und in dem Fall dann eben auch das Thema Cybersecurity. Unternehmen geben extrem viel Geld aus für irgendwelche Hackerangriffe und so weiter. Und wenn man natürlich das Ganze mit einem Bruchteil des Geldes, was aber trotzdem viel Geld ist, eben ja verhindern kann, indem man zum Beispiel Software von Datadoc oder eben auch anderen Unternehmen nutzt, dann kann man hier natürlich deutlich davon ausgehen, dass solche Unternehmen das auch zahlen werden und in dem Fall eben Unternehmen wie Datadoc davon profitieren werden. Das heißt hier, Datadoc ein wirklich sehr, sehr innovatives Unternehmen, was auch stark im Markt positioniert ist und eben gerade durch die ganze Cloud-Geschichte, was ja auch am Boom ist, eben nochmal besonders an Fahrt aufgenommen hat. Und ich denke auch, dass hier in den nächsten fünf bis zehn Jahren deutlich am Potenzial da ist. Auch hier, wie gesagt, leider noch schade, dass kein Gewinn da ist, aber man baut hier natürlich auch die Ressourcen aus, damit man in Zukunft eben auch gut am Markt dasteht und eben auch die breite Masse bedienen kann. So, die dritte Aktie ist etwas geläufiger, die dürfte eigentlich fast jeder kennen, nämlich Nvidia 154,16 Euro, in Anführungszeichen nur noch, denn Nvidia hat wirklich einen rasanten Start hingelegt, ja, hier im Jahr 2020 und 2021. Aber der rasante Start war am Anfang noch krasser und jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet 2013, 2014 in Nvidia schon investiert, dann wärt ihr jetzt aktuell schon dermaßen im Plus. Ja, aber hätte, hätte Fahrradkette, ne, leider hat das wahrscheinlich, oder wenn es eine gemacht hat, bitte gerne mal jetzt in die Kommentare schreiben, also das wäre absolut beeindruckend. Aber Nvidia grundsätzlich einmal ein, ja, Grafikprozessorhersteller, ein Chiphersteller im Bereich eben von Grafikprozessoren, vor allem, wo es eben besonders 2020 zu einem enormen Anstieg kam und auch 2021, weil natürlich diese ganzen Chip-Grafikprozessoren und so weiter extrem gefragt sind und auch waren, wegen eben zum Beispiel, wegen Elektroautos oder auch generell Autos, wo einfach das Ganze verbaut ist, die ganzen Chips. Dann haben wir natürlich das ganze Thema mit Bitcoin gehabt, mit Kryptowährungen, die natürlich zu meinen eben zum Beispiel solche Grafikprozessoren von Nvidia eben benutzt worden sind und letztendlich, es war ja teilweise so, dass du 2021 gar keine Nvidia-Grafikprozessoren mehr bekommen hast, außer auf dem Schwarzmarkt oder über Ebay für den zehnfachen Preis. Das heißt, nicht nur die Aktie ist abgehoben, sondern eben auch, ja, die Produkte an sich und das ist natürlich trotzdem ein Zukunftsthema. Ich glaube tatsächlich, dass Kryptowährungen zurückkommen wird, 2023 und auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch extrem anziehen wird und auch natürlich das ganze Thema mit Digitalisierung in Autos, in allen verschiedenen Bereichen, in Computern und so weiter. Das ist ein Thema, was auch für die nächsten fünf bis zehn Jahre und ich glaube, da stimmte mir alle zu, immer noch wichtig bleiben wird und auch weiterhin ansteigen wird und von daher gehe ich davon aus, dass man hier in Nvidia deutlich auch noch Potenzial hat für die Zukunft und eben den aktuellen, ja, etwas Abschwung nutzen kann, um eben hier günstig einzusteigen. Ja, und kein Zukunftsvideo ohne eine Aktie, die ich persönlich selber im Depot auch habe und ihr kennt sie alle, ich habe sie schon oft vorgestellt, nämlich Biko, ehemals Zelling, 7,15 Euro kostet die Aktie aktuell und hier haben wir einen fulminanten Start gehabt, die Aktie ist wirklich extrem abgehoben und ich war ja auch schon mal deutlich im Plus, ich glaube knapp 100 Prozent. Ja, dann ist die Aktie aber stark abgestürzt, weil das Unternehmen auch ein Unternehmen ist, was eben noch sehr, sehr hoch bewertet ist und auch wirklich viel auf Fremdkapital angewiesen ist. Das heißt, man hat hier in den aktuellen 2022er Jahren wirklich extrem schwierige Situationen, weil eben ja die Zinsen hoch sind, eben die Schulden mehr wert werden, auch das Fremdkapital, was aufgenommen werden muss für weitere Expansionen, teurer wird und in dem Fall Biko als Zukunftsunternehmen für mich vor allem entscheidend, dass sie hier eben das Printen, also das Drucken von Gewebe, von Organen und so weiter vorantreiben, hier extrem gut aufgestellt sind und eben auch weiter expandieren. Wir haben hier auch schon einen kleineren oder einen größeren Anstieg gehabt, wenn man mal die Ausgangslage sieht, aber insgesamt natürlich Biko immer noch für mich günstig und auch viel Potenzial vorhanden. Ich gehe auch davon aus, dass wir 2023 wieder steigen werden mit Biko und auch wieder zweistellig sein werden, also von daher, ich habe sie in meinem Depot drin, sie ist spekulativ, aber an sich wirklich ein tolles Unternehmen, was zukunftsträchtig ist und jetzt stellt euch einfach mal vor, was man aus den Filmen kennt, dass man eben Organe drucken kann in 3D-Druckern und so weiter. Das Ganze kann natürlich hier deutlich an Fahrt aufnehmen und auch realisiert werden von Biko und ist wirklich auch nur ein kleiner Teil vom Unternehmen, denn die haben eben noch andere Dinge in dem Bereich, im medizintechnischen Bereich, beziehungsweise auch im Pharmabereich und von daher ein tolles Unternehmen, breit aufgestellt, natürlich etwas spekulativ, aber es ist für mich wirklich ein absolut tolles Unternehmen und auch aus Schweden, das heißt auch für dich, wenn du noch kein Schweden oder ein bisschen diversifizieren möchtest, was die regionale Eigenschaft deines Depots angeht, ist das deutlich ein Kauf für mich, genauso wie die nächste Aktie und die letzte Aktie, die ich dir hier in diesem Video vorstelle, nämlich Nell, im speziellen Nell Asa, also ein norwegisches Unternehmen, auch da hättest du ein bisschen mal einen frischen Wind, was geografische Eigenschaften deines Depots angeht, mit Diversifizierung drin, super spannende Aktie im Bereich Wasserstoff, auch die habe ich in meinem Depot selber schon, bin hier leicht im Minus, soweit ich weiß, 1,39 Euro kostet die Aktie aktuell und ist vor allem im Bereich Elektrolyse unterwegs, das heißt Wasserstoff und Wasserstoff ist für mich ganz klar der Treibstoff der Zukunft, man wird zwar in privaten PKWs immer noch weiterhin Elektrobatterien wahrscheinlich verbauen, aber ich gehe davon aus, dass wir eben vor allem im gewerblichen Bereich, bei Flugzeugen, bei Zügen, bei Industrieproduktion und so weiter deutlich mehr Wasserstoffeinsatz haben werden und das ist vor allem ein Thema für die nächsten 5 bis 10 Jahre, aktuell lohnt sich das noch nicht, beziehungsweise ist noch nicht so weit verbreitet, von daher das definitiv nur mit Ausblick auf die nächsten 5 bis 10 Jahre und deswegen ganz kleine Zukunftsaktie, auch spekulativ wegen kleiner Marktkapitalisierung 2,2 Milliarden Euro und auch noch nicht in der Gewinnzone, also auch da muss man sagen, ist deutlich spekulativ, aber das ist halt in der Regel so bei Zukunftsaktien, dass sie eben ja deutlich spekulativer sind als Aktien, die eben in der Gegenwart schon sehr, sehr stark gefragt sind und eben in der Gegenwart schon gutes Geld verdienen, ist natürlich kein Muss, aber an sich Nell Asa für mich auch für Tranchenkäufe interessant, das heißt auch hier würde ich nicht all in gehen, sondern hier wirklich in mehreren Tranchen nachkaufen und auch hier wie gesagt Wasserstoff sehe ich absolut als Treibstoff der Zukunft und deswegen für mich eine Zukunftsaktie, die ich kaufen würde. Ja, grundsätzlich einmal, das waren jetzt mal alle Aktien, die ich dir vorstellen wollte, du siehst jetzt hier nochmal eine Übersicht, schreib gerne mal deine Kommentare zu diesen Aktien in die Kommentare rein, dein Feedback auch gerne zu diesem Video allgemein, auch gerne mal deine Alternativen für 5 Zukunftsaktien oder auch nur eine, bin da sehr, sehr gespannt, großes Dankeschön auch für das tolle Kanalwachstum, wir sind mittlerweile über 90.000 Abonnenten in Zukunft und da spekuliere ich natürlich auch ein bisschen, schaffen wir es eventuell auf die 100.000 Abonnenten, das wäre ein großes, großes Ziel von mir und ich würde mich wahnsinnig freuen bei deinem Support für dieses Video, gerne einen Daumen nach oben für das Video da lassen, wenn es dir weitergeholfen hat. Bis dahin wünsche ich dir jetzt alles, alles Gute und auch für die Zukunft natürlich alles Gute, mach's gut, dein Flo Farrell.